hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play dragon age origins hier sind wir stehen geblieben und es gilt jetzt all ihm zu retten und das ist gar nicht mehr so leicht ich habe hier ein bisschen off-air gearbeitet ein bisschen kohle zu kommen ich habe lilyana ein kleines geschenk gemacht ich dachte mir die hält auch nie immer so viel aus also kaufe ich hier mal hier so eine anständige schnuckweste hier das ding hat über 90 goldmünzen gekostet und ich hoffe dass was wert ich weiß nicht ob es später immer noch was besseres geben aber das ding ich hoffe dass es wert war so und jetzt gilt ins haus vom bruder genitivi zu gehen das ist hier das ist eine hütte natürlich da legen wir mal los ok so hier ist tatsächlich jemand da ist aber nicht es ist nicht genitiv selbst ok das ist weil ich weiß nicht mehr wählen ist er ist gelb klingt verdächtig ich habe mal auch meine gruppe mal gewechselt damit jeder charakter levelt deswegen habe ich hier mal ein bisschen aufgestockt ok jetzt rede ich auch mal mit dem ich werde dann auf jeden fall die gruppe nochmal wechseln ja was wollt ihr hier was ich hier will ich suche bruder genitivi nehmen die zwei bruder genitivi weshalb ok ich nehme mal die zwei ich würde er sei auf der suche nach der urne der heiligen asche ja er war der ohne der heiligen asche auf der spur aber ob er sie gefunden hat das weiß nur der erbauer ich habe bruder genitivi seit wochen nicht gesehen und auch keine nachricht erhalten das sieht ihm gar nicht ähnlich ich fürchte ihm ist etwas zugestoßen genitivis nachforschung wegen der urne haben ihn womöglich in gefahr gebracht ok ihr glaubt er ist wegen der urne in schwierigkeiten vielleicht gilt die urne nicht ohne grund als verloren ich bete für genitivis wohlbefinden aber täglich schwindet meine hoffnung mehr ich wollte hilfe schicken vor einiger zeit waren ritter aus wetcliffe hier die zu ihm wollten ich habe ihnen alles gesagt aber sie sind auch verschwunden okay ja ich werde erfolgreich sein muss sie versagt haben und genitivi zurückbringen nein fragt mich nicht nach ihrem ziel ihr würdet ihnen folgen und womöglich dasselbe schicksal erleiden diese suche ist ein fluch für uns alle manche dinge sollten einfach nicht gefunden werden das ist mir jetzt klar okay ich gehe auch das riesig rot trotzdem ein immer die 1 also gut vor seiner abreise hat er nur gesagt er würde in einem gasthof in der nähe des kellen hat sie es absteigen um in der gegend einer spur nachzugehen oder bricht sofort zum gasthof auf viel glück möge dir die antworten finden die er sucht ja ich weiß auch was das für ein gasthof ist das ist die prinzessin so wie wir sehen zwergenhandwerk feinstes zwergenhandwerk direkt aus jetzt bin ich ja mal echt gespannt über der unten jetzt zufällig anzutreffen diese weil die ganze zeit war ja nicht da okay raus jetzt geht man schnell ins lager jetzt los hieß kruste oh gott der ist auch gerade gesehen das game hat ein schlag okay das war eigentlich nicht so gewollt dass hier passiert habe ich doch das geht mal wieder platt machen gruppe sammeln und weiterziehen ja dort immer wieder die altbewährte gruppe in der tat unbedingt so wunderbar so und jetzt gehen zum hafen vom kalen hat sie ihr seht das hier das ist die dunkle brot das ist die kruste des todes die sich hier schön in verrägelt und breit macht und ist schon ziemlich übel und redcliffe ist na gut ist noch einigermaßen entfernt flemmen die ist natürlich nicht wovon bedroht aber es ist trotzdem böse ich bin im namen der blackstone freischäle hier warum geht es du musst nicht mehr kommen ich verstehe tauran muss euch geschickt haben ich werde mich nicht vor einem von taurans handlang an rechtfertigen männer zu den waffen es ist mir egal du wolltest biff jetzt kriegst so und jetzt haben wir auch gleich in frost anraus wutzel strahl wie schön der daum geht und hier das rest und hier mal da gibt es gerade ein tempel was hatten dabei im vorratsbündel genau das kürzer quest und wir haben es eingesackt so ja verfahren nach dem eigenen messen ja 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 drei vorratsbündels ist die frage ob ich die überhaupt überhaupt ich gehe mal davon aus dass es so ist zwei stück habe ich alles korrekt und wir haben schon wieder sind back was ist das für einer larana ja ja ich habe hier ein brief für dich gut lasst mich mal sehen warum was hat er getan um das zu verdienen ich weiß es nicht ja halt etwas schief gelaufen ich kann es nicht ändern so hier wird willkommen zurück in der verwöhnten prinzessin was kann ich heute für euch tun äh gibt es hier einen bruder jenny tv bruder jenny nein nein natürlich nicht nie von ihm gehört das klingt so komisch seid ihr sicher ich kenne jeden der bei mir absteigt und von dieser person habe ich noch nie gehört okay ich glaube ihr sagt mir nicht alles obwohl er wirkt nervös nimm die zwei warum sollte ich nervös sein hört zu die person die ihr sucht ist nicht hier ihr solltet schnellstmöglich weiterziehen okay danke für deine hilfe obwohl ich überrede ihn mal sie beobachten mich ich kann nicht offen sprechen dreht euch nicht um und dämpft eure stimme sie suchen jeden der nach bruder jenny tv fragt ich soll dann tun als sei alles in ordnung und leugnen den bruder oder die ritter je gesehen zu haben okay wer beobachtet euch ich weiß es nicht ihr solltet euch vorsehen und sofort wieder gehen ich weiß nicht was den rittern widerfahren ist aber es war bestimmt nichts gutes okay danke ich werde vorsichtig sein lebt wohl und möge der erbauer auf euch herab blicken alles klar dann möge es so sein auf die ober ansicht so gott reisen kultisten führer dabei und lauter oder teufelchen gut dann kriegt er jetzt als erstes beef jetzt haben wir das jetzt rein so jetzt geht drauf, geht drauf, geht drauf Muppes zerfen wir uns in den Fass Brutus, Brutus, Muppes müssen sie sofort zerstören sehr gut, sehr gut ah, guck mal wie schön die daumen gehen ja, jetzt die nächsten so, und jetzt drauf auf den Krüppel jawohl, und weg ist er he 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 tja, hättest du mich in Ruhe gelassen aber das Gesindel Volt hat wieder niemanden Brunkrüstung äh, lol, die ist auch irgendwie verflucht was will ich denn damit, wenn das sowieso nichts taucht hm, ist auch nicht viel besser, ja, nehmen wir es mit kein Wunder, wer nicht gescheit ausgerüstet ist dann fangen wir gleich als erstes um so, jetzt rein da jetzt wird richtig gefragt gibt's ja nicht und ich meine, dieses komische Backanzeige äh, okay, was kann ich hier auswählen? Nummer 1, nein, aber das werde ich herausfinden 2, seid ihr sicher, dass ihr nichts damit zu tun hattet und 3, sie wollen verhindern, dass ich Andrastes Asche finde nehmen wir die 3 Andrastes Asche? die Legende? beim Atem des Erbauers ich sollte vermutlich nicht fragen ich bin ja nur ein Wirt, der versucht über die Runden zu kommen manche Dinge muss ich auch gar nicht wissen nochmals, danke ihr seid hier immer willkommen okay dann ziehen wir mal weiter ich muss mir echt mal merken, dass es hier einen Bug gibt es ist trotzdem ein bisschen merkwürdig jetzt hat sich da irgendwie ein Ladefehler oder was eingeschlichen ist schon ein bisschen unkonventionell so, weiter jetzt ist halt die Frage, wo geht's hin? ich guck mal nach so, das machen wir zu so, du wurdest vor der verwöhnten Prinzessin von Männern einigen Männern überfallen hier geht irgendwas Verdächtiges vor könnte wehlen dich in die Irre gefühlt ja genau, jetzt muss ich wieder zurück zu dem anderen Knalli der kriegt auf jeden Fall jetzt sein Beef lass mich doch hier nicht verballhornen das darf nur ich mit mir selbst machen und ausgewählte Leute und der war nicht auserwählt kann er sich jetzt aber ordentlich auf Beef gefasst machen Magie soll dementen dienen und niemals so wehlen, du kriegst jetzt von mir die Nase blatt gedrückt zwergenhandwerk feinstes zwergenhandwerk ja, das nenne ich dann auch zwergenhandwerk das ist dann das ist dann anständig blatt und das ohne Pfanne ihr seid zurück? ja, überrascht ihr dachtet wohl ich sei tot natürlich bin ich froh, dass ihr am Leben seid äh, 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 äh der Gasthof war ein Hinterhalt wenn ihr lebt haben meine Kameraden versagt ich sehe ihren Tod in euren Augen ich kannte sie gut meine Brüder starben im Dienste von Andraste möge sie ihre Seelen zu sich holen und die eure der Vergessenheit überantworten ho, ho, ho für ein Draste jo, genau, du Pups, Nickel jetzt hat sie es ausgebieft ja, und zack was machst du jetzt? und tschüss böser Mann böser Fake-Wählen Brandpumpe? lol, wenn er das Ding geschmissen hätte da wäre die ganze Bude in Flammen aufgegangen das war vielleicht nicht mal der echte Wählen oder so weißt du, ja, ja was gibt's nicht hier? ist das essbar? nee, nichts essbar da ist noch ein bisschen geil Drachenkult das heißt, da vielleicht was damit zu tun gehen wir mal für einen Moment davon aus dass ein hoher Drache nur ein Tier ist ein beeindruckendes Tier ohne Zweifel aber ohne wirkliches Bewusstsein oder Empfindungsvermögen immerhin wurde noch nie von einem Drachen berichtet der versucht hätte Kontakt aufzunehmen oder der irgendetwas getan hätte was ein kluges Tier nicht auch zu Wege brächte doch wie kommt es dann dass es in der Geschichte immer wieder sogenannte Drachenkulte gab der erste Drachenkulte wäre ja noch erklärbar insbesondere mit Hinweis auf die alten Götter des Reichs von Tewinter nach der ersten Verderbnis wendeten sich viele verzweifelte Bürger des Reichs der Verehrung von echten Drachen zu als Ersatz für die alten Götter die sie im Stich gelassen hatten schließlich war ein Drache eine Göttergestalt die man tatsächlich beobachten konnte er war ebenso real wie der Erzdämon und Beweise belegen dass er seine Kultisten auch beschützt hat weitere Drachenkulte können in Bezug zu jenem ersten gesetzt werden Mitglieder des Kultes haben überlebt und die Kunde weitergetragen die Anbetung der alten Götter war ebenso weit verbreitet wie das Reich selbst derartige Geheimnisse können also in vielerlei Hände gekommen sein aber es gibt auch Berichte von Drachenkulten in Gebieten die das Reich nie vorgedrungen ist bei Menschen die noch nie von den alten Göttern gehört hatten wie ist das zu erklären die Mitglieder eines Drachenkultes leben in derselben Höhle wie ein hoher Drache sie füttern und beschützen seine wehrlosen Jungen im Austausch dafür gestattet es der hohe Drache den Kultisten eine geringe Anzahl des Nachwuchses zu töten und so in den Genuss von Drachenblut zu kommen das Blut soll mehrere Wirkungen haben man wird stärker und ausdauernder verspürt allerdings auch einen gesteigenden Wunsch zu töten auch Wahnsinn kann eintreten Drachenjäger aus Navarra erzählen, dass solche Kultisten enorm mächtige Gegner sind die Veränderungen sind mit Sicherheit eine Form von Blutmagie aber wie kommt es überhaupt zu dem symbiotischen Zusammenleben von Kult und hohem Drachen woher wussten die Kultisten, dass sie Drachenblut trinken sollten wie hat der hohe Drache sie dazu gebracht seine Jungen zu versorgen und wie konnte er sicher sein dass sie es auch tun würden haben Drachen womöglich doch mehr Intelligenz als wir bisher angenommen haben kein Mitglied eines Drachenkultes wurde je lebend gefangen genommen und die Jäger aus Nevada berichteten nur von wahnsinnigen Toben und absurden Geschichten über Gottheiten da die Drachen erst in jüngerer Vergangenheit wieder aufgetaucht sind und das auch nur äußerst selten werden wir die Wahrheit vielleicht niemals erfahren aber die Frage bleibt bestehen aus Flamme und Schuppe von Bruder Florian Skola der Kirche oder Schola neuntes Zeitalter, 28. Jahr Zeitalter der Drachen Interessant, interessant das lässt mal wieder viel Raum offen für Spekulation wie es so schön heißt okay, hier ist ein Ofen wo bist du, wie wär's denn, wenn du dich mal oben siehst so äh, siehst du was Interessantes nichts oh schade so gut, gehen wir hier weiter gibt's hier noch was? es sind zwar Bücher da aber anscheinend keine mit denen man lesen kann ui, Genitivis Nachforschung ein Symbol von Andrast aus Stahl geil so, finde die Urne Bruder Genitivis Nachforschung deuten darauf hin dass sie sich in dem Dorf Haven in den Bergen im Westen wo möglicherweise Hinweise auf den verbleib der Urne finden lassen er muss nach Haven gegangen sein um seine Suche dort fortzusetzen okay oh oh Leichnam der Leichnam des echten Raylan das hab ich mir jetzt gedacht das hab ich mir gedacht er wurde ersetzt durch irgendeinen Wechselbalk oder in den Doppelgänger einfach wo sie halt durch einen Zauberspruch oder so dafür gesorgt haben, dass es genauso aussieht wie er das seht ihr das kommt davon ich bin ja auch so so ein leicht alten alter Rollenspiel Spielerhase ich hab ja früher auch ähm Baldur Skate und so gespielt da gab es ja auch diese Wechselbalker aber das war eine ekelige Idee gut das hätten wir erledigt dann gehen wir jetzt mal Richtung Dorf Haven Zwergenhandwerk feinstes Zwergenhandwerk direkt aus Orsamer ja sehr gut sehr gut ich will sie jetzt gar nicht kaufen jetzt erstmal Ärger machen den Haven ich will mal gucken was dort vor sich geht das ist auf jeden Fall nichts Gutes soviel wissen hier ich bin was du bist was da ist es Dorf Haven aufhört hin